willkommen zurück zu transportieren 2 jetzt brauchen wir noch ein depot das kann von mir aus nach da hinten so cool stimmt die müssen jetzt auch nach drei erst freischalten dann gibt es geht das überhaupt schauen wir mal wo sehe ich das da ja ist grün ist grün dann da nach da ja dann da rein die nicht von da nach da ja irgendwie kommen wir da nicht rein haben wir da kein da geht es tatsächlich nicht machen wir hier eine zugverbindung eigentlich ja machen wir da eine zugverbindung hin kriegen die das halt nicht müssen wir den wieder weg machen und dahin nach da passt nach da passt dann ist es eine rundfahrt in eine richtung oder da nach da oder wollen wir direkt dann wieder zurück so dass ich sage fand dann so und dann wieder so oder wie machen wir das jetzt wir fahren einmal dahin von da weg fand darauf und wieder darüber über einmal im kreis fahren ja ist okay ist okay dann wenn ich das südlich alter im jahre sind dann nicht dabei müdling haben wir da müdling müdling und wolfsburg genau die sind da dabei und das ganze ist dann die linie mit dem schiff dann ein schiff auswählen irgendein kleines wenn es geht passagier was kann man da das hier vielleicht ja nicht so ein großes so eines vielleicht das hier oder ja sie halt am ehesten noch danach ausnehmen wir da vier stück und setzen die auf die halte stelle zu groß eben nicht brauchen wir kleinere ich ihn wie nach typ klein und geht das irgendwie dass ich da noch klein sollte nicht all zu klein sein vielleicht sowas sowas ich werde das nehmen das hat viermal ja ist okay und jetzt zu weisen die vier auf die linie ja das klappt ok passt dann würde ich sagen setze ich mich mal in eines der schiffen reis und wir fahren einmal mit wir haben jede einzelgeschwindigkeit ja und was auch immer ich da jetzt mit dem fahren wir jetzt ja und so passt so fahren wir jetzt schon raus ja wir fahren raus das dritte machen wir mal ich habe jetzt einfach irgendeines genommen aber es ist das dritte ok geht es nach zürich hafen auch wenn ich gerne mit dem kapitän da hinten will ich gerne ja so mit fahren ist das ok zum dampfschiff ist das noch aber es auch cool hat 70 kapazität da haben wir noch einmal vier stück und das kann auch als linie für den verkehr genommen werden ja ist ganz ok ist ganz ok dann müssen wir nach alter rüber dann den den zug machen weil es nicht geht mit dem schiff weil wir gar nicht durchkommen aber die anderen drei städte können wir so lassen kommen wir als tourismus attraktion oder auch als verbindung zwischen den beiden oder zwischen den drei städten sind ja drei und schauen wir mal wie die fahren die schiffe und dann werden wir da einmal mit fahren und dann versuchen wir mal mit dem schiff und dann schauen wir weiter das dauert eh noch ein bisschen 25 kmh haben wir da drauf beziehungsweise brauchen wir da noch ja sollte aber dann eigentlich gehen aber wir werden es dann sehen ob es geht oder nicht aber wir werden es dann sehen ob es geht oder nicht das sehen wir ja dann eh gleich das passt schon mal ja 25 kmh haben wir da drauf das passt auch das würde ich sagen ganz ok der dampf der rauskommt ja aber vorne müssen wir dann abbiegen oder wie ist das oder müssen wir da dann abbiegen oder jetzt haben wir mal ein autorsafe ok aber da vorne sehe ich schon nie die Stadt oder wir müssten also dann da nach vorne gehen wenn wir so fahren wie wir fahren die 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 steht auch genau schiff drauf ja auch nicht einmal da durch ok 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 vorne ist dann der hafen da vorne ist schon ein hafen fangen wir den dann an sieht da noch aus als würde man den anfahren da ist auch eine coole Strecke darüber ja es ist ganz cool das müsste dann zürich sein was wir hier anfangen ist ganz nett mit dem hafen Buslinien und das alles kommen dann wenn die Züge herauf fahren also wenn ich dann die Züge habe dann kommen auch die Buslinien da hin konnte ich jetzt drei Städte damit verbinden ich würde sagen wir fahren noch zum Bahnhof rein und beim Bahnhof machen wir dann das Ende der Folie her so ein bisschen was geht es jetzt noch da ist es jetzt wieder ein bisschen tiefer ja ist aber auch ganz nett so mitzufahren mit dem Schiff schauen wir mal ob das schon genutzt wird oder nicht das sehen wir ja dann gleich ob da jemand wartet oder nicht aber wir werden es gleich sehen bis jetzt sehe ich da noch niemanden der wartet aber kann sich noch ändern schauen wir mal dann fahren wir mal da rüber dann sage ich danke fürs zusehen hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal tschüss und schluck